Heyo Leute, ich bin's und heute mache ich den Dies oder Das Tag. Ganz spannend, huh? Los geht's! Boom, kommen wir zum ersten und zwar ist das der PC oder Laptop. Ich würde sagen PC, weil man da viel mehr Leistung reinstecken kann, aber natürlich wenn ich ein paar hunderttausend oder paar tausend Euro hätte, würde ich mir natürlich einen Gaming Laptop kaufen, der genauso geil ist wie so ein PC, aber ich glaube da gibt es gar keinen Laptop, der das übertreffen kann. McDonalds oder Burger King? McDonalds, weil ich eigentlich immer nur nach McDonalds fahre. Es ist selten, dass ich mal nach Burger King fahre. Eigentlich auch nur, wenn ich bei Burger King esse, dann nur wenn irgendwas Spezielles ist, was ich dann vielleicht noch mal probieren will, aber ich schmecke McDonalds auch ganz gut. Deo-Roller oder Deo-Spray? Ich würde sagen Deo-Spray. Ich... Deo-Roller. Leute, Apfel oder Erdbeeren? Äh, Erdbeeren. Ganz klar. Hunde oder Katzen? Ich würde sagen Hunde, weil ich schon mal eine Katze hatte und ich finde Katzen sind so eigen, die denken nur an sich und es kann auch sein, dass mal so ein Katzentyp kommt und dann kommt sie doch zu dir, wenn sie weiß, dass du irgendwas hast oder so traurig bist. Aber ich glaube, Hunde reagieren da viel besser drauf, deswegen... Ja, Hunde. Blond oder Braun? Ähm, ich würde sagen Braun. Ich hatte schon mal blonde Haare. Hier ein Foto von mir. Ja. Und meine Naturhaarfarbe ist rot. Ich hasse rot. Ich weiß auch nicht, kann mit roten Haaren nichts anfangen, aber Braun finde ich ganz geil und joa. Süßes oder herzhaftes Essen? Ich würde sagen beides. Sorry, ich kann mich nicht entscheiden, weil äh... Süßes Essen ist wohl lecker Eiscreme und herzhaftes Essen ist lecker Pizza. Sagen wir süß, herzhaftes Essen, okay? Ja. Lego oder Playmobil? Lego, kann viel mehr mitbauen. Nike oder Adidas? Ich würde sagen beides. Ist mir sowas von egal. iPhone oder Samsung Galaxy? Ich würde sagen iPhone, da ich noch nie ein Samsung Galaxy hatte, aber vielleicht könnte sich die Meinung ändern, wenn ich eins ausprobieren könnte, haben würde demnächst jemanden. So vielleicht. Party oder chillen? Ich würde sagen chillen. Ist viel entspannter. Subway oder KFC? Oh mein Gott. Ich würde sagen, äh, Subway natürlich. Ähm, da ich in Kanada das erste Mal von KFC gegessen habe und dieses Hähnchen, das konntest du erst mal so hochheben. Erstmal war das halbe Roh innen drinne und das hat vor Fett so getropft und... Bah, das war so ekelhaft. Ich weiß nicht, ob es nur daran gelegen hat oder wie die das halt machen, deren Art so in halben Liter Fett und ein kleines Hähnchenkoll oder so. Links oder Rechtshändler? Rechtshändler. Cola oder Fanta? Cola natürlich. Cola, Vanille wäre noch am besten. Horror oder Liebesfilm? Natürlich Horrorfilm. Nintendo oder Playstation? Also ich kann eigentlich nur sagen, Playstation hat mein Gameboy, da diese alten klotzgrauen Dinger und ich fand Tetris ganz geil. Canon oder Nikon? Ich würde sagen Canon, da ich noch nie eine Nikon ausprobiert habe und mit meiner Canon Kamera bin ich sehr zufrieden. Kino oder DVDs? DVDs, weil auf DVDs sind immer noch die Bloopers oder Making-of drauf oder irgendwelche Fotos oder Informationen über die Schauspieler, irgendwelche Interviews. Ich finde das immer viel geiler. Im nächsten Star Wars oder Jurassic World muss man natürlich ins Kino gehen, ist ja klar. Weihnachten oder Geburtstag? Ich würde sagen Geburtstag, da mein Geburtstag nur ein paar Tage nach Weihnachten kommt und das dann doppelt geschenkt. Finde ich awesome. Zocken oder Skaten? Ich würde natürlich sagen Zocken, da ich nicht wirklich Skaten kann und ja, also Zocken macht mir mehr Spaß. Nacht oder Tag? Ich würde sagen Nacht, weil das stört mich keiner. Ich kann Ruhe, entspannen, schlafen und Beziehung oder Single? Single. Ich bin sehr glücklich Single. Disney oder Looney Tunes? Ich würde sagen Disney. Mit Looney Tunes habe ich nicht viel zu tun und ich finde Disney hat gute Filme rausgebracht. Und ja, weiter geht's. Apple oder Microsoft? Apple. Ich finde das Design ganz gut und auch das Betriebssystem Apple ist relativ geil. Aber andererseits, ich habe jetzt ein Windows PC, ist auch nicht gar nicht schlecht. Leistung stärker als ein Apple Computer, aber ja. Baden oder Duschen? Ich würde sagen Duschen. Batman oder Spider-Man? Ich würde sagen Spider-Man, Batman konnte ich mir noch nie auseinandersetzen und Spider-Man finde ich eigentlich besser. Dunkin Donuts oder Starbucks? Ich würde sagen, absolut der Favorit ist Starbucks. Ja. Ich finde die machen geile heiße Schokolade und dann Karamellschuss rein. Ach, göttlich. Gestylte Haare oder Mütze? Ich trage sehr selten Mütze, aber ich würde sagen gestylte Haare. Hm? Läuft bei mir, oder? Manga oder Comics? Comics. Ich kann mit Mangas gar nichts anfangen. Und das Letzte ist YouTube oder Fernsehen? Da müsstet ihr meine Antwort eigentlich kennen. Natürlich YouTube. So, das war's der Dies oder Das Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es kam ja schon lange kein Tag-Video mehr. Falls ihr Vorschläge habt, welches Tag-Video ich demnächst mal machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und es nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach und ja, ich würde mich sehr freuen darüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Video. Halt rein. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.